Hey Ma, wenn die Lehrerin anrufen sollte, sie lügt zu 100%. Sie hat gerade eben angerufen. Oh. Hab ich dir nicht gesagt, dass du in der Schule artig sein sollst? Ich war artig. Wie, du warst artig? Naja, bösartig, eigenartig, einzigartig, das zählt auch zu... Halt deinen Mund, sie hat gesagt, dass du im Unterricht erheblich gestört hast, dass du wieder den Klassenclown spielen musstest. Bist du jetzt Comedian geworden, möchte gern Kaya Jana, möchte gern Kevin Hart. Komm schon, erzähl mir einen Witz, ich hatte einen stressigen Tag. Ich kann nicht. Doch, doch, du kannst, wir brauchen ja auch kein Fernseher oder WLAN, denn du bist das Entertainment, was wir hier alle brauchen. Na gut, wenn du mich nicht zum Lachen bringst, dann bring ich dich eben zum Weinen. Komm, erhu, Mama, es tut mir leid.